Ich weiß echt nicht, um was es denn hier gehen wird. Also die sind beide alleine auf irgendeinem Planeten oder so? Ja, Ende der Geschichte. Und Essen, habt ihr schon gegessen? Es ist aber synchronisiert, das ist schon mal cool. Ich hatte Brot heute, mhm. Nichts zu ungut, hey, ich hab mich ja nicht beschwert. Gute Schokolade, sonst nichts, nö. Hm, okay. Hallo Technobase. Morgen wird der Sport dafür dreimal so hart. Wow. Ich hatte einen Chinesen, der hat sehr lecker geschmeckt. Viel Spaß morgen beim Sportkeks. Ja, wenn nur zwei Sprecher benötigt werden, kann man das ruhig mal synchronisieren. Ja, aber das kostet ja halt auch Geld, ne? Die müssen ja auch bezahlt werden. Das kann sich nicht jedes Indie-Spiel leisten, sozusagen. Oder die machen das selber, ich weiß es nicht. Ich find das gut. Was? 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 Das eskaliert sehr schnell. Hallo? Oh, danke, Strom. Oh. Dankeschön. Nein! Nein! Was passiert hier? Schade. Was? Ey! Ey, das ist aber jetzt wirklich schnell eskaliert. So. Ah, ich kann den Charakter wechseln. Okay. Wir gehen. Das ist ja ein schönes Tutorial. So, die Sekunden. Ah, ich kann fliegen. Gleiten. Was sind hier? Billions! Ich hab absolut keinen Plan. Also, ja. Da fühle ich mich gerade wie ein Gravity Rush. Halt den linken Stick nach unten, um umzudrehen. Ah ja, okay. Ich hab absolut keinen Plan, was die gerade von mir wollen. Oh, hier gibt's Essen. Ach, das sind die Bären, von denen die gerade geredet haben. Kann man die sammeln? Okay, die sind hier anscheinend irgendwie gestrandet und müssen jetzt immer diese komischen Bären essen. Hm. Ist ja cool. Muss ich diese komischen Ströme hier fangen? Ah, ich muss hinterher fliegen. Das rumfing ja nämlich an Journey. Das stimmt. Damit ihr dann wieder Licht habt und Ferkelsache macht. Ja, ja. Hm. Ja, wo sind jetzt die Babys? Was für Babys? Ja, ich guck gerade in den Chat sehr ruhig hier. Und die Steuerung muss ich erstmal hier. Das ist gar nicht so einfach. Mhm. Der Planet sieht aber schon öle aus bis jetzt. Was ist das hier? Ja klar, Kids. Sicher. Na los, probier sie. Damit wir dich los sind. Darum. Ja, zu ist für die Wissenschaft. Hm. Nacht, Pierre. Oh, ist das wirklich? Und beide sterben und das Spiel ist zu Ende. Appledews. Oh wow. Rasselpfeffer. ETF. Game over while toxic. Genau. Ja. Aber hier kann man Sachen ein bisschen... Looten. Äh, driften kann ich auch. What the fuck? Need for speed. Glide drift. Do you really think drifting is that useful? It's crucial. It allows you to change direction. Okay, das Driften ist cool. Das, das Driften ist cool. Man muss das nur irgendwie lernen. Ich weiß nicht mal, wie viele wir davon einsammeln sollen. Lol, Keks. Hä, du hast doch... Du hast doch vorhin... Offline schon Subs verschenkt. Das habe ich gesehen. Wow. Dankeschön, Keks. Für zwei verhiftete Subs an, äh... Kollateral und an Sunshine. Dankeschön. Also, eigentlich insgesamt vier Subs, ne? Dankeschön. Also, ich kann ja auch den Typen hier fliegen, ne? Mit der Liebsten alleine auf einem fremden Planeten ist so nice. Ja, da muss man zusammen überleben. Eigentlich gar nicht so schlecht, das stimmt. Eigentlich schon. Aber ich frage mich... Ist das jetzt hier nur dieses kleine Stück? Ah, die knutschen! Und die Frage ist dann... Also, die andere Frage ist dann, ob wir dann irgendwie weiterreisen. Das wäre cool, wenn wir so verschiedene Planeten haben. Oh, hier gibt es sogar ein Dialogprotokoll. Das ist cool. Ähm... Gesundheit... Gleiten... ...Springen... ...Duo-Schuss... ...Duo-Rempler. Okay. Interessant. Steff, danke schön für die 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr nett von dir. Okay, die sind aufgeladen. Was soll das jetzt heißen? Was soll das jetzt heißen? Wo war denn überhaupt unser Schiff? Da oben, ne? Okay. Hallo Sunshine! Und dann fühle ich mich wieder schwanger. Wow, Keks. So, ich geh mal rein? Oh, wow. Was ist denn da? Ja. Nun. Der erste Knutschi. Ja, Hunger. Wer bin ich hier? Hä? Hallo. Kochen? Oh Gott, was? Okay. Ich hab absolut keinen Plan. Geröstete kann das werden. Hallo Nils. Ich hab keine Ahnung. Ich hab gerade erst angefangen. Ähm. Jetzt essen. Is mal. Oh Gott, man kann vom Knutsch schwanger werden. Hm. Hm. Wiss ich, befehle dir, mach dieses Spiel aus. Das ist so eklig. Was? Müssen die jetzt hier essen? Ich hab auch Hunger. Vielleicht gefällt mir das Spiel, jetzt muss ich es auch kaufen. Das kann man zusammenspielen? Was? Da war ich jetzt gar nicht geahm. Also man kann den Charakter wechseln, ja. Das weiß ich, aber... Hm. Dankeschön, Steff. Wow, jetzt schweigen sie sich an. Oh oh. Was? Ja, sehe ich auch so. Ah, okay Nils. Ich muss sagen, ich find das hier voll gemütlich. Hier würde ich mich auch einlisten. Oder was sagt ihr? Hat was. Ach, da liegen sie schon. Bitte, ihr macht jetzt nicht schon wieder so eine Szene. Wer? Boah, so ein geiles Raumschiff, ne? Inspizieren. Mhm, Antet, ich glaube auch. Ich brauche meinen Freiraum. Geh du doch. Oder sie töten sich, weil sie nur das gleiche Essen immer haben. Wer weiß, wer weiß. Bin gespannt, was so deren Mission ist, warum die hier sind und... Boah, hier würde ich's mir auch richtig gemütlich machen. Oh oh. Oh, es kriselt jetzt schon. Sie essen sich gegenseitig, ja. Ja. Oh man. Ja. 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 Hm. Im schlimmsten Fall töte ich sie. Okay, die werden anscheinend verfolgt. Im schlimmsten Fall bringe ich mich um. Nee, wir töten die anderen. Ja. Okay, die sind von irgendwo geflohen. Ein bisschen. Okay. Jetzt töte ich dich! Du Schuft! Okay. Hallo Frohmas. Also die fliehen von irgendjemandem von irgendwo, keine Ahnung. Und das scheint ziemlich kritisch sogar zu sein, wenn sie jetzt sogar die töten würde. Oder sich selbst. Je nachdem. Man könnte es ja auswählen. Das wird das großartig. Du kannst hier bleiben, wenn du willst. Ja. Mhm. Mirko, du bist schwanger! Was? Und schon ist das Baby im Bauch. Bitte was? Nur weil die sich jetzt umarmt haben? Übelste Couch-Potato. Ja, das wäre ich jetzt auch. Hm. Mit dem Messer in den Rücken. Erinnere mich hier den Ahn, damit ich dir den Hals brechen kann. Komm, das Wetter ist doch schön. Komm, das Wetter ist doch schön. Komm, das Wetter ist großartig. Aber das Wetter ist immer großartig. Für jetzt. Wer weiß. Tomorrow könnte es der Anfang der langen Wintermethode sein. Es könnte für Jahre dauern. Eine weitere Grunde, um auf Apple-Dews zu stecken. Hm. Du weißt, immer richtig zu sein, ist nicht unbedingt eine gute Qualität. Auf der anderen Seite. Viele Menschen finden es sehr unabhängig. Du? Ich bin nicht sicher. Wow. Okay. Hm. Aber wer bin ich jetzt hier? Ich laufe hier einfach so abseits von den rum. Also ich steuere keinen von den beiden. Ich bin einfach jetzt hier so... Die Luft, die hier rumläuft, fliegt, schwebt. Wer bin ich? Okay, das gibt hier verschiedene Ladebildschirme. Das ist ja cute. Okay, das gibt hier verschiedene Ladebildschirme. Das ist ja cute. Kann gut sein. Hm. Okay, dann sammle ich mal. Die scheint ja ziemlich schnell wieder nachzuwachsen. Ähm, was? Was? Oh. Okay. Vielleicht gibt es hier Monster, oder? Ähm. Oh. 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 Oh, das ist nicht gut. Nein! Unser Raumschiff. Oh. So viel zum Gemütlichen. Hm. Hallo BMF und hallo Micha. Ui. Ex-Raumschiff. Scheiße. Wie kommen wir jetzt hier weg? Da hat die Artworks halt, äh, Courierin gemacht. Also die Ladebildschirme. Hm. Ich folg die ja auch, äh, Nils. Ich mag die auch sehr. Die Zeichnerin. Hm. Also ich find das, äh, Artdesign von ihr mega. Ich glaube, das war's mit dem Nest. Es ist nicht alles verloren. Es ist nicht alles verloren. Well. Es ist... ein bisschen. Schau. Wir können immer auf die Islete suchen, versuchen, einen Weg zu finden, um den anderen Seite zu kommen. Wie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Gut, dass wir rausgegangen sind. Pff. Das Wetter hat uns gerettet. Und was, äh, und werden wir nichts finden? Und wenn wir es nicht finden? Wenn wir es nicht finden... Wenn wir es nicht finden... Ich weiß nicht. Das ist, warum wir etwas finden müssen. Okay. Ja, das fängt ja gut an. Was? Fakinger Flicks? Oh, ich komm noch nicht mal mehr rüber. Oh. Tja. Wir sind jetzt obdachlos. Das ist ja ganz toll. Hallo, Breitling. Oh. Na gut. Oh, guck mal. Die halten Hähnchen. Das ist ja wieder wert. Oh, was ist das denn? Eine Flutbrücke. Hallo, Dark. Wieso nicht? Warum nicht? Warum nicht? Wir wissen immer noch nicht, wie die Flutbrücke in der Raum arbeiten. Aber wenn das Phänomenon auf einer Makroskala passieren kann, dann warum nicht auf dieser. Wenn es Flutbrücke zwischen zwei Planeten gibt, dann warum nicht zwei... ...bitte von einem Planeten? Okay. Wenn das wirklich eine Flutbrücke ist, dann bin ich nicht sicher, was wir warten. Was? Flutbrücke sind von einem Platz zu einem anderen, oder? Wieso? Also, diese Flutbrücke führt definitiv zu einem Platz. Warte. Du willst einfach da rein gehen, ohne zu wissen, wo es geht? Es geht überall. Ich denke, das ist so gut als alles. Okay. Also so mit dem ganzen Design und so ist eigentlich voll cool schon mal. Wo führt das jetzt hin? Schuhe mal, Footy, mach das. Awww. Okay, die ist ein bisschen niedlich, irgendwie. Ist da ein Monster? Der hat Pilze auf... Mhhh. Pilze. Oh nein. Was haben, bis der Atem weg bleibt? Eww. Liss der Lizard. Hö, hö, hö. Oh, wow. Vielleicht ist das mangelnde Hygiene. Vielleicht merken sie es nicht einmal. Liss der Lizard. Vielleicht ist das mangelnde Hygiene. Vielleicht merken sie es nicht einmal. Liss... Ja, ich... Awww. Wow. Boah. Okay, das ist eine Ansage. Was die Pilze an, du darfst sie nie wieder anrühren. Das ist schon... Oh. Ah, okay. Ein bisschen schwimmen. Der Lizard ist sicherlich ein Parenseck. Der Pilz hat die Kontrolle. Das könnte auch gut sein, ja. Ich... 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 Ich dachte eigentlich, der greift mich an, aber... Gut. Neh, dich nat zu. Komm mit. Du bist jetzt mein Freund. Komm. Bei Fuß. Sehr süß. Sehr süß. Süchenknudeln. Ja. Sehr, sehr niedlich. Oh, was ist das hier? Ah, Rasselpfeffer. Okay. Das mit dem Schweben... Gleiten... Und so ist cool. Das mit dem Schweben... Ich... 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 Okay, gibt es nur diese komischen... Vielleicht finden wir noch was anderes zu essen. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Frag mich auch. Wir können doch anscheinend auch angreifen, oder? Ich kann die nur kraulen. No. Ja, Rasselpfeffer. Und beim Rassel ist man ständig am Niesen. Oh, ich würde richtig, glaube ich, anfällig, äh, sein. Weil ich niese ja jetzt schon so einfach random. Ich glaube, da würde ich sterben. Wenn ich nur darüber nachdenke, kitzelt meine Nase. Guck mal, hier geht es auch noch weiter. Okay, aber ich würde schon gerne weiterschauen. Ob es hier noch irgendwas gibt. Sind auf jeden Fall alles hier nur so Bruchstücke. Hoch kann ich nicht. Ah, da. Ich will halt nichts übersehen. Ich weiß auch nicht, was das hier vorne ist. Kann man da irgendwas machen? Ich meine, da sind irgendwelche... Kabel. Und die gehen nach oben. In den Berg rein. Hm. Kann hier aber nichts machen. Und das geht nach unten. Und ich will auch solche Raketenschuhe. Ja, das wäre voll cool. Na gut, ich gehe mal zu dieser anderen Flutbrücke. Mal schauen, wo das hinführt. Ich glaube, das ist jetzt sozusagen wie so ein bisschen Tutorial, dass wir hier ein bisschen... ... die Funktion kennenlernen. Bin mir ziemlich sicher, gibt es auch Gefahren. Unzertrennlich. Oh, okay. Das ist ja. Na gut, dann... ... schwebe ich mal hier rüber. Heute käme ich was drin. Ja, wenn. Ich weiß. Oh, komm hier. Kraulen! Ich muss es tun, die sind sehr süß. Hallo Thor. Also beim Gleiten L2 gedrückt, um zu driften. Oh nein, guck mal. Ich bin Biologe. Ja, das Spiel sieht echt cool aus, ja. Und was machte du, dass das nicht lebend ist, Praytel? Ah. Es sieht aus wie eine Dust-Deposition. Eine Art Rust. Kann man das eigentlich nutzen? Okay. Was? Schau hinter deinen Fuß. Oh. Es gibt Vegetation. Es war wahrscheinlich schmothered. Wenn wir in diesem Weg gehen. Cool. Ja, das Spiel hatte ich ja die ganze Zeit schon auf der Liste. Lol, guck mal. Ich rette dich. Ich rette dich. Ja. Ich will den haben. Aber unser Nest hängt so halb vom Abhang runter. Wie soll ich denn da rüberkommen? Rohrrost. Oh, cool. Ja, aber ich schaue mich erstmal hier um, ne? Ein bisschen looten. Ich will die alle mitnehmen. Und essen. Hey, Mario Sunshine. Willst du einen Schleimern bauen? Oh, wow. Ja, dein Lizard ist süß. Ganz ruhig. Ich reise hier nur so durch die Gegend. Ich muss doch nur gucken. Und looten. Ich weiß ja nicht, für was wir das gebrauchen können. Also, das werden wir auf jeden Fall nur erfahren. So. Das wäre das richtige Spiel für mich. Alter. Schwebt das, oder? Okay, das schwebt. Ich dachte, das ist jetzt so aufeinander gestapelt. So meine Kunstwerke von Assassin's Creed immer. Hier runter geht's nicht, oder? Heine. Feinrost. So, so. So, so. Das macht schon Spaß. Also es macht echt Spaß. Oh, Insel gesäubert. So, so. Ich kann die Inseln also auch säubern. Das ist ja cool. Okay! Wow! Okay, die ist gut. Die ist gut drauf. Ähm, ja. Ähm, hallo? Leute? Leute. Ja. Okay. Oh Mann, ey. Hallo Rias Otaku. Was ist das Spiel, äh, Ziel von dem Spiel? Äh, da wir das erst seit 44 Minuten spielen. Ähm, wir sind anscheinend auf irgendeiner... Ich weiß selber nicht, wo wir uns befinden. Anscheinend werden die verfolgt und sind von irgendwo geflohen und versuchen jetzt wahrscheinlich irgendwie zu überleben und von dem Ort, wo sie geflohen sind oder von wem auch immer, dass sie dort nicht mehr zurück, äh, zurückkehren. Sie haben auch Angst, dass sie gefunden werden. Ähm, ja, das ist das einzige, was wir bis jetzt wissen. Wir haben halt ein Raumschiff, aber es gab so ein Beben und jetzt ist unser Raumschiff ein bisschen demoliert. Ich glaube, wir kommen ja auch nicht mehr so einfach weg. Das ist jetzt alles, was wir wissen. Und dass wir schweben können. Das ist auch cool. Excuse me, Princess. Ihhh, ich mag sie. Ja, die ist schon, die ist schon cool drauf. Ist ja gut. Also die Insel haben wir jetzt abgeschlossen, ne? So, hallo, Yami. Ich will auch schweben können, dann müsste ich nicht laufen. Ja. Das wäre cool. We should find the nest if we keep going north. Explain to me how you know which way north is on this planet. Uh, we should find the nest if we keep going straight ahead. Oh, wow. Orientierung. Die Orientierung will ich. Gar nicht. Oh, was ist das denn? Sänftigen. Ganz, ganz ruhig. Ih, was ist das? Ah. Iiii. Darf ich den Typen verprügeln? Ja. Komm zurück, Keks. Oh, jetzt streichle ich hier auch noch Käfer. Das ist ja genau das richtige Spiel für mich. Das ist mit der Musik auch ganz chillig, muss ich sagen. Ich glaube, ich müsste mal wieder Energie sammeln, oder? Gibt es hier irgendwas? Nee, ne? Hallo. Jetzt gehst du morgen in den Garten und streichelst Käfer. Ja klar, ich werde die alle besänftigen. Sicher? Macht ihr sowas nicht? Ich weiß, right? Ihr habt Hunger? Kann ich denen was zu essen geben? Ich weiß es ja nicht. Oh, das sieht so aus, als ob ich den essen geben muss. Ich habe nur keinen Plan, ob ich die jetzt füttern kann. Sonstiger Kram. Okay. Hm. Oh, das ist nicht so gut, ne? Sollten wir mal schauen, dass wir zurückkommen. Ich weiß nur nicht, wo ich hier gerade bin. Ich mag das erkunden. Was ist denn da unten? Ah. Soll ich mal hier runter? Kann ich hier überhaupt runter? Wow. Yum. Hier gibt es echt nur diese komischen Bären. Aber hier kann man nichts machen. Rohrost klingt verdächtig nach Rohkost. die haushit하지. Das ist einfach das Ernst nicht. Super lustlos.